Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Oliver Schirmer. Vielleicht haben Sie sich auch schon vor kurzer Zeit die Frage gestellt, steigen die Strom- und Gaspreise weiter? Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Wechsel? Sollte man lieber abwarten? Werden die Preise kurzfristig sinken? Und wo erhalte ich aktuell die besten Preise? Ich werde Ihnen in diesem Video die Antwort auf diese Fragen geben und werde Ihnen auch sagen, warum jetzt der richtige Zeitpunkt ist, zu wechseln, warum Sie jetzt handeln müssen und nicht länger warten sollten. Mein Name ist Oliver Schirmer und gemeinsam mit meinem Team haben wir im Prinzip nur eine Aufgabe, nämlich Privathaushalten und Unternehmen zu helfen, dass sie nie mehr als nötig für ihre Energie zahlen. Dafür stehen wir morgens auf, dafür kämpfen wir und darüber hinaus bieten wir Menschen, die Interesse haben, sich beruflich neu zu orientieren, eine wunderbare Möglichkeit, sich von zu Hause aus ein lukratives Geschäft aufzubauen in einem der größten Märkte, den man sich ja nur vorstellen kann. Warum Sie jetzt also handeln sollten, warum Sie handeln müssen, darum geht es jetzt in diesem kurzen Video. Wenn Sie jetzt aktuell noch beim Grundversorger sind, wenn Sie einen Stromvertrag haben ohne Preisgarantie, wenn Sie einen Vertrag mit Preisgarantie hatten, aber die Mindestvertragslaufzeit abgelaufen ist, wenn Sie einen Vertrag mit oder ohne Preisgarantie haben, der innerhalb der nächsten zwölf Monate ausläuft, dann sollten Sie jetzt unbedingt über einen Anbieterwechsel nachdenken, weil sonst laufen Sie Gefahr, dass Sie zum Spielball der Preispolitik der Anbieter werden und natürlich auch zum Spielball des Marktes und nur noch dann reagieren können zu viel zu hohen Preisen. Deswegen sollten Sie heute vorausschauend planen und sollten vorausschauend Ihre Entscheidungen treffen. Und was viele Menschen nicht wissen, wenn Sie gerade aktuell in einem Vertragsverhältnis stehen und der Vertrag innerhalb der nächsten zwölf Monate ausläuft, dann können Sie über uns schon den Folgevertrag platzieren zu den Konditionen von heute. Und da möchte ich Ihnen gerne weiterhelfen. Warum mit uns? Es ist ganz einfach. Wir bieten Ihnen günstige Preise im Marktvergleich. Und warum Sie wechseln sollten, möchte ich Ihnen anhand dieses Charts hier zeigen. Sie sehen hier den Chart, der die Einkaufspreise an der Strombörse quasi widerspiegelt. Und wir haben hier den Zeitraum mal vom 1.10.2021 bis jetzt aktuell August 2022 hier uns aufgerufen. Und Sie sehen, der Einkaufspreis, also zu dem die Energielieferanten, aber auch Unternehmen, die direkt ihren Strom über die Börse einkaufen, beziehen, lag im Oktober bei 16,365 Cent die Kilowattstunde. Ohne Steuern etc. Also der reine Einkaufspreis. Dann ging das Ganze hoch bis auf 26,65. Dann hatten wir über zwei Monate einen kleinen Rückfall. Aber kontinuierlich, das Problem ist immer bei diesen Rückfällen, dass es meistens gar nicht bei den Verbrauchern ankommt. Und jetzt ist das Ganze gestiegen im August auf 42,645 Cent die Kilowattstunde. Und heute haben wir den vierten, achten. Also was ich Ihnen damit sagen möchte, wir reden schon seit einigen Monaten und weisen die Menschen darauf hin, dass sie wechseln sollen. Und wir erleben immer wieder ein Phänomen, dass es eine Personengruppe gibt, die halt immer noch darauf hofft, dass die Preise irgendwann in naher Zukunft sinken werden. Und das haben wir hier in dem Zeitraum schon gehabt, als auch jetzt aktuell. Und ich kann Ihnen eins sagen. Die Probleme, die wir aktuell haben, sei es der Krieg in der Ukraine, sei es die Energiewende, es wird nicht so schnell lösbar sein. Und dementsprechend wird die Situation noch eine ganze Weile so andauern. Und es ist natürlich auch weiterhin mit steigenden Preisen zu rechnen. Und deswegen sollten Sie heute ja Ihre Chance nutzen und sollten vorausschauend planen und sollten sich ja die Preise von heute schon für die nächsten am besten zwei Jahre sichern. Also warum gerade mit uns? Weil Sie bei uns günstige Preise im Marktvergleich bekommen. Schauen wir uns mal hier an. Sie sehen hier, ich habe jetzt hier wildkürlich, ich könnte das für jede andere Region auch machen. Ist ähnlich, ja. Ich habe jetzt hier mal einfach die Region Heidelberg und einen Verbrauch von 3000 Kilowattstunden angenommen. Und bin jetzt hier auf das Vergleichsportal Check24 gegangen. Und Sie sehen auch hier schon, ja, wenn wir uns mal die Preise anschauen. Der reine Einkaufspreis liegt bei 42,645 Cent die Kilowattstunde. Wenn man jetzt noch die Mehrwertsteuer von 19% oben drauf rechnet, dann sind wir schon fast bei 50. Dann noch vielleicht eine kleine Marge vom Anbieter. Die wollen ja auch was verdienen. 3 bis 4 Cent. Dann sind wir schon bei 53, 54 Cent. Dann haben wir noch 2 Cent Stromsteuer. Dann kommen noch ein paar kleine Umlagen dazu. Also sagen wir mal roundabout 55 bis 56 Cent die Kilowattstunde brutto. Also als Endpreis für den Kunden sind durchaus normal bei diesen Einkaufspreisen. Und das spiegelt sich natürlich auch hier in den ganzen Vergleichsplattformen wieder. Sie sehen hier bei Wartenfall 49,17 Cent. Dann haben wir hier E-Primo 63,01 Cent. Hier haben wir noch 43,45 Cent bei der Naturstrom AG. Was macht hier 1,2,3 Energie? Ja, hier haben wir 54 Cent. Ja, so und nur damit Sie einfach mal sehen, wie stark das Ganze hier mit den hohen Einkaufspreisen zusammenhängt. So und jetzt ist da die Frage, wo kann man am günstigsten Strom beziehen? Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, dass wir deutschlandweit am günstigsten sind. Dazu kenne ich nicht alle Preise. Aber ich weiß, dass wir sehr, sehr günstig im Marktvergleich sind. Sie sehen ja hier die Vergleichsplattformen und Sie sehen hier die gleiche Angaben. 3000 Kilowattstunden. Ja, auch hier Heidelberg. Arbeitspreis 32,7 Cent die Kilowattstunde bei 24 Monate Preisgarantie. Ja, also warum sollten Sie jetzt mit uns zusammenarbeiten? Günstige Preise im Marktvergleich, 24 Monate Preisgarantie. Und es ist absolut wichtig, gerade in der jetzigen Zeit, dass Sie eine möglichst lange Preisgarantie für sich haben, ja, um einfach auch Planungssicherheit zu haben. Und dann kommt noch was ganz Wichtiges dazu. Mit uns haben Sie einen persönlichen Ansprechpartner, nämlich auch nach Ihrem Vertragsabschluss. Ja, arbeiten wir mit Ihnen zusammen und sorgen gemeinsam dafür, dass Sie Jahr für Jahr nie mehr als nötig für Ihre Energie zahlen. Und unser Ziel ist es, mit Ihnen Jahr für Jahr Ersparnisse zu erzielen. Und das sind die Gründe, warum Sie mit uns zusammenarbeiten sollten. Sie müssen sich um nichts kümmern. Wenn Sie von uns einen Anruf erhalten, dann ist Redebedarf. Dann bekommen Sie von uns das neue Angebot. Sie können das Angebot für sich prüfen und dann entscheiden, ob Sie wechseln möchten. Bedeutet, Sie müssen nie mehr Zeit investieren in das Thema, ja, Stromanbieterwechsel, sondern Sie haben mit uns einen verlässlichen Ansprechpartner, der das für Sie übernimmt. Sie haben jetzt die Wahl, ja, Sie haben drei Möglichkeiten. Entweder Sie warten weiter ab, ja, hoffen, dass sich das Problem von alleine löst. Dann kann ich einfach nur sagen, Sie werden vermutlich enttäuscht werden und werden höhere Preise in Kauf nehmen müssen. Die zweite Möglichkeit, das ist die, die ich Ihnen empfehlen würde. Sie handeln jetzt, fordern noch heute Ihr Tarifangebot an, ja, handeln Sie vorausschauend. Wir beraten, Sie sparen, ja. Ja, oder drittens, Sie erkennen die Chance, ja, Sie handeln, ja, fordern Ihr Tarifangebot an und werden sogar Teil unseres Teams und helfen anderen dabei, sich vor den, ja, drohenden, noch höheren Preisen zu schützen. Für Sie ist es ganz einfach, ja. Der Abschluss ist ganz bequem online möglich. Wir hier bereiten alles vor. Sie können ganz bequem online von jedem Ort der Welt aus via PC, Smartphone oder Tablet unterzeichnen. Also auch wenn Sie sich gerade im Urlaub befinden und möchten das Thema aus Ihrem Kopf haben, wir können, wir machen es möglich. Sie können es online abschließen, überhaupt gar kein Problem. Und wir kümmern uns um den Rest, ja. Sprechen Sie uns einfach an, dazu haben Sie die Möglichkeit, einfach Kontakt über WhatsApp oder E-Mail mit mir aufzunehmen. Senden Sie mir Ihre letzte Strom-Gas-Abrechnung, ja, oder Ihr Preiserhöhung schreiben zu, falls Sie eins erhalten haben bereits. Wir prüfen dann Ihren aktuellen Vertrag, vergleichen die Konditionen, senden Ihnen dann, ja, das Vergleichsangebot zu. Sie können, wie gesagt, ganz bequem online unterschreiben oder Sie machen es sich ganz einfach, ja, wenn Sie Ihre Abrechnung nicht zur Hand haben. Sie gehen auf www.oliverschirmer.de slash Tarifangebot, geben Ihre Daten ein und entweder ich oder jemand aus meinem Team wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen. Wir besprechen Ihr Angebot, ja, und helfen Ihnen, ja, bei Ihrem Wechsel. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen maximalen Erfolg und freue mich, wenn wir Sie in einem persönlichen Gespräch kennenlernen dürfen. Alles Gute, Ihr Oliver Schirmer. Ciao, ciao.